moin moin liebe leute und herzlich willkommen zurück zu unserem let's play von lost ark ja wir sind ja gerade dabei diese versteckte stadt zu erkunden und wir sollten gerade mal die karte öffnen wenn man zu schauen aber die haben wir auch hier oben als mini map deswegen schauen wir da mal lieber drauf dann verspätet ihr uns hier nicht so die sicht wir konnten erst mal ein bisschen okay und besucht die fest verschlossene stein es rührt sich nichts ich vermute es muss ein geheimes gerät geben das den schrein öffnen kann wir sollten zusammen danach suchen ja wir wissen schon wo wir hin müssen anhand des quest markers das sah eben auch schon so außergewöhnlich aus deswegen hatte ich geguckt ob ich da irgendwas dran machen kann finde etwas mit dem das geheime gerät zum laufen bekommen ist vielleicht hier mit der statu okay die schlüsse aus licht und die resonanz die 1 geworden sind wir kommen jetzt die lichter zusammen öffnet das entsiegelte stein und schnabel einen weg gefunden die schwere tür beginnt sich zu bewegen ich habe kein gutes gefühl dabei ich bin hier der boss bei seite auf ihr gierigen narren schaut raus ja das sieht man nicht so gut aus dämonen ja zweit ja ich bin hier wir versuchen nicht unbedingt vor ihm zu stehen hat ganz gut geklappt wir sind fast gestorben ach quatsch scheiß auf den vertrag schnapp dir was du kannst das war nicht der deal wer das schwert hat macht die regeln nimm den stein mit sieht wertvoll keine gute idee nicht anfassen selber schuld nein wir lassen ihn oder nee das wäre feige wir hätten ihn das habe ich gedrückt die und habe an direkt niemanden anschuldigt das ist der preis der gier ich mochte ihn eh nicht hier nimm diese bombe zerstört damit die falle sollten wir das tun es hat eine dimension ist das oder so gegeben ja schade um die ganzen abenteurer hier ich weiß das hört sich verrückt an aber ich habe die ganze zeit das gefühl dass wir beobachtet werden gefährliche fallen dämonen angriff und sogar menschliche gier ich habe keine ahnung mehr worauf wir uns hier eingelassen haben ich freue mich darauf mehr herauszufinden er spricht von angst und dann freut er sich darauf mehr herauszufinden ich hoffe wir schaffen es gemeinsam bis zum schluss torus das hoffe ich auch morpheus so verwende das mysteriöse portal dann wollen wir mal dann 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 Hör mal den Lichtern nach, guter Morpheus. Ach krass, geht es dir gut? Ja, alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Du lebst. Komm, suchen wir einen Weg nach oben. Es ist so dunkel hier. Ich kann nichts sehen. Erkennst du irgendwas? Ja, ich habe die Lichter als Hilfe. Na, der hat aber eine Sprungkraft. Hier drüben. Ich habe ihn gefunden. Nimm das und geh hoch. So, wir sind wieder vereint. Endlich gefunden. Oh-oh. Okay. Zuerst mal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Nehmen wir mal so einen Trank. Jetzt seht ihr, dass er über Zeit heilt, dass wir ihn genommen haben. So, das war unser erster Bosskampf, würde ich mal sagen. Das andere waren auch schon so kleine Bosse, aber der hier, da waren wir auf uns allein gestellt. Wenn das Licht des Schicksals das Ende der Welt erreicht. Zeigt der geflügelte Wächter den Weg zum Genesislicht. Wenn das Chaos des Abgrunds seine Augen erneut öffnet, wirst du dem Stolz der Löwen bis zum Ursprung folgen. Das Schicksal ruft nach dir, Auserwählter. Okay, sprich mit Pater Morpheus. Geht das dir gut? Unglaublich, dass du dieses riesige Monster besiegt hast. Ich wusste, dass du talentiert bist, Torus. So ein Monster habe ich noch nie gesehen, uralt und mächtig. Das muss der Wächter gewesen sein, der den Schatz des Propheten beschützt hat. Was war nochmal der Schatz des Propheten? War es eine Geschichte über die Arche? Dann ging es in der Prophezeiung also um der Stolz eines Löwen. Ich verstehe, aber das Einzige, das mir bei Stolz in den Sinn kommt, ist das stolze Städtchen Prideholm. In den Außenbezirken von Retramis gibt es ein kleines Dorf namens Prideholm, das unter dem Schutz des Sakria-Ordens steht. Vielleicht ist das der Weg, den du einschlagen musst, Torus. Dank dir habe ich eine Menge gelernt. Der Schatz des Propheten hat die ganze Zeit auf dich gewartet, um die Prophezeiung des Neubeginns des Lichts zu überbringen. So, die beiden machen sich auf den Weg. Der Punkt uns zu trennen ist gekommen. Oder auch nicht. Aber sei versichert. Wir werden uns wiedersehen. Was ist mit seinen Augen los? Sie sehen so aus, als wären sie gar nicht aus. Wir haben ein gemeinsames Schicksal, du und ich. Okay, Morpheus, wir werden uns wiedersehen. Der Stolz der Löwen. Wir können das Schicksal nicht warten lassen. Er hat sich als wehrloser Vater ausgegeben. In Wirklichkeit ist er ein böser... Ja, was auch immer. Runapass. Der Runapass gilt als Ursprungsort eines historischen Bündnisses. So, es geht voran. Erfolg abgeschlossen. Titel erhalten. Gipfel. Wollen wir mal schauen. Inventar. Was haben wir denn hier bekommen? Eine Truhe. Eine artethinische Ingenieursbrille. Okay, was haben wir da? Kriege exklusiv. Wird beim Aufsehen an deinen Kader gebunden. Ah ja, okay. Ja, die kann man, glaube ich, erstmal angezeigt lassen. Diese Brille. Wo ist sie denn überhaupt ausgerüstet? Ich sehe die hier gar nicht. Okay, wir haben sie auf jeden Fall aufgesetzt. Einen Titel haben wir neu. Gipfel. Wollen wir mal einen anwenden? Gipfel Torus. Da haben wir dann schon mal unseren ersten Titel. Ja, unseren zweiten. Viel mehr Schildkröte wollten wir ja nicht nehmen. Universallager. Belohnung für Erfolg. Erster Schritt. Amethystfragment. Kann gegen Geschenke beim Amethystfragment-Tauschhändler in der Stadt eingetauscht werden. Ja, können wir uns mal abholen. Okay, und hier haben wir dann quasi diese Fragmente. Gut. Ich glaube, mehr haben wir jetzt gerade nicht. Dann gehen wir mal weiter. Folge dem marschierenden Pilger nach Pride Hall. Ein berühmter Priester soll heute eintreffen. Okay, das ist unsere Karte hier. Klar, die zeigt natürlich viel mehr an. Oh, du hast auch von ihm gehört. Er hat einen guten Ruf. Die Leute sagen, er könne jede Krankheit heilen. Man sagt, er soll umherreisen und Leute heilen. Ich fühlte, er kommt hierher, um noch etwas zu suchen. Ah, ich frage mich, wie er so ist. Er ist gerade vorbeigekommen. Wo ist er? Ist er das wirklich? Er sieht viel zu jung aus. Verfügt er wirklich über Heilkräfte? Er sieht eher schwach aus. Papa, wer ist das? Ein sehr berühmter Priester. Willkommen in Brighton, Heiliger. Ich danke euch vielmals für diesen herzlichen Empfang. Pater, Varud und die Dorfbewohner erwarten sehnlichst deine Ankunft in der Kathedrale. Oh, dann sollte ich Pater Varud nicht länger warten lassen. Jetzt! Still! Lauf! Ja, wir helfen ihm natürlich. Ein bisschen blutig. Ah, okay, dann geht's nochmal weiter. So, sprich mit Amel. Komischer Name. Der Amel. Danke für meine Rettung. Bist du auf dem Weg nach Brighton? Folge einfach der Straße und du gelangst nach Brighton. Warum fährst du nicht mit mir in meinem Wagen ins Dorf? Ja, warum eigentlich nicht? So, ein Priester namens Amel, Erfolg abgeschlossen. Nähere dich dem Objekt und interagiere mit ihm. Also, was führt dich nach Brighton? Oh, du suchst also nach der Arche? Weißt du, die meisten halten die Arche für einen Mythos. Um ehrlich zu sein, ich suche auch nach ihr. Ich habe gehört, es gibt in diesem Dorf eine Steintafel mit Geheimnissen über die Arche. Oh, hier oben. Was für ein glücklicher Zufall. Vielleicht können wir zusammenreisen und... Okay, weitere Attentäter. Yo. Nein, 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 nein! 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 Ja, helfen wir ihm mal schnell. So, Verteidiger Arme gegen die Attentäter. 31 an der Zahl. Das machen wir nochmal fix. Vielen Dank. Nein, sie sind mir bis hierher gefolgt. Vorsicht! Da kommen noch mehr. Ja, aber nicht mehr sehr viele. Das war schon fast. So, sprich mit Pater Amel. Ich glaube, das war der letzte von ihnen. Ja Leute, ich würde sagen, das war es erstmal wieder für diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und zusammen mit mir das Game erlebt. Ja, komplett Neueinstieg. Blind. Und ja, mir gefällt es bisher super. Also, kann ich nichts anderes behaupten. Und ja, schauen wir dann mal, wie es weitergeht. Also, bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal.